Semi, wann fährt der nächste Zug nach München? Bitte? Wann fährt der nächste Zug nach München? Alle ausgefallen. Semi, wann fährt der nächste Zug nach Hamburg? Rainer, mach du mal. Bitte nenne mir das Ziel deiner Reise. Wir starten Sie gerade kurz einmal neu. Das ist der Vorführeffekt, aber auch das passiert bei uns im System. Tut mir leid. Unendlich. Klinge aber nicht. Guten Morgen, ich heiße Semi. Was kann ich für dich tun? Wann fährt der nächste Zug nach München? Wann fährt der nächste Zug nach Hamburg? Wie bitte? Wann fährt der nächste Zug nach Hamburg? Der Intercity Express hat leider eine Verspätung von 50 Minuten. Er fährt voraussichtlich um 9.28 Uhr auf Gleis 8. Hast du noch eine Frage? Ja, kannst du mir auch sagen, wann der nächste Zug nach München fährt? Wo kann ich hier ein Ticket kaufen? Der ICE 806 nach Hamburg hat eine Verspätung von 50 Minuten. Wo kann ich hier eine Fahrklarte kaufen? Hast du weitere Fragen? Wie lange bin ich unterwegs nach Paris? Deine Reise dauert voraussichtlich 8 Stunden und 28 Minuten. Hast du noch eine weitere Frage? Wann fährt der nächste Zug nach Fulda? Dein Intercity Express fährt pünktlich um 9.57 Uhr von Gleis 13. Hast du noch eine Frage? Wie lange dauert die Fahrt? Der ICE 371 fährt auf Gleis 13. Und wie lange dauert die Fahrt? Deine Reise dauert voraussichtlich 3 Stunden und 50 Minuten. Hast du weitere Fragen? Jasmi, wo finde ich die Toiletten? Ein öffentliches WC befindet sich im Erdgeschoss etwas nach links. Du kannst mit dem Aufzug nach unten fahren. Die Route habe ich dir auf der Karte rot markiert. Hast du noch eine weitere Frage? Wo kann ich Tickets kaufen? Bitte zieh dir dafür eine Aufrufnummer rechts neben den Empfang und nimm im Wartebereich Platz. Vielen Dank. System. Jetzt weiß ich es auch. Okay, und gibt es hier irgendwo einen Kaffee? Kaffee findest du bei Starbucks, Costa Coffee und Einstein Kaffee. Eine Übersichtskarte findest du auf dem Tablet. Hast du weitere Fragen? Wann komme ich in München an? Entschuldige? Von welchem Gleis fährt mein Zug? Der ICE 806 fährt auf Gleis 8. Und wie lange bin ich unterwegs? Deine Reise dauert voraussichtlich eine Stunde und 42 Minuten. Hast du noch eine Frage? Wie geht es dir? Wie bitte? Wie geht es dir? Gut. Wenn du mir deine Zugnummer verrätst, wird es mir deutlich besser gehen. Hast du noch eine weitere Frage? Wann fährt der nächste Zug nach Erfurt Hauptbahnhof? Der Intercity Express fährt um 10.06 Uhr auf Gleis 1. Hast du noch eine weitere Frage? Was kannst du für mich tun? Ich kann Fragen zu deinem Zug oder zum Service im Bahnhof beantworten. Ich kann mich nicht mehr aufgleichen.